Ich habe mich schon gefragt, in welchem Rucksack die Motorsäge versteckt ist. Ja, die ist schon im Wasser. Die nimmt besser hin und zeigt mich. Mit Paneu, gut. Ja, super. Das ist eh eine Seltenheit, was man da jetzt so macht. Macht man nicht viel, wenn keine Wege mehr. Das war jetzt, weil die Dura, die Käfer da waren, aber halt doch das angemerkt. Wie stehst du zu den ganzen Forstbräge-Neubauten? Ich muss es, wenn es einen Sinn bringt. Und heute geht es nicht mehr anders. Muss es sein? Ja, muss es fast sein. Weg zum Jungwald. Weil wir haben kein Jungwald zu kriegen. Hopp! 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 Das Plastik muss man nicht ziehen. Und da drin ist, in diesem Prospekt. Eine alte Welle, die ist zwischendrin gehangen. Aber sie bringt auch mal raus, vielleicht ist doch frei. Hey, mein Frey. Let's go at this. Ja.